Ach ich glaube die kommen erst hier vorn. Ja genau. Oh hier liegt noch mal ein toter Novize. Den habe ich gerade storytechnisch ganz übergangen, der da vor dem Schrein lag. Die toten Novizen liegen hier ja nicht umsonst, könnt ihr euch sicher denken. Die haben natürlich, also das Kloster hat alles drangesetzt den guten Petro zu verfolgen. Und ihm den Garaus zu machen und in seinen Plan aufzuhalten. Ist allerdings nicht geglückt. Wo sind sie denn? Glutflieger? Glutflieger? Ah ja. Noch eine? Ne. Gut. Da vorne sind ein paar Lurker. Allerdings haben diese Novizen hier weniger Glück gehabt als ich bis jetzt. Wobei der auch schon ganz schön weit gekommen ist, muss ich sagen. Naja. Schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht. Oh Gott. Da hinten war doch noch einer, oder? Da im Walde. Okay. Was ist das da hinten? Da ist ja irgendeine Tür. Die habe ich noch aufgenommen. Oh ja. Steintafel des Zweihandkampfes. Die können wir gut gebrauchen. Rein damit. Nehmen wir mit, was geht. Jetzt hielen wir uns erstmal hoch. Uh, ich könnte mal die Äpfel essen. Ich esse jetzt mal Äpfel. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber ab einer gewissen Anzahl Äpfel. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Du fühlst dich erfrischt. Das ist gut. Schmeckt saftig und frisch. Mal sehen, ob es schon klappt. Ja. Okay. Stärke 1. Also ihr habt gesehen. Wie viele habe ich jetzt gegessen? 25 glaube ich. Ja. Wenn man 25 Äpfel isst. Und bekommt man einen Stärkepunkt dazu. Einfach so. Aus heiterem Himmel. Also. Was sagt uns das? Immer schön Äpfel essen. Dann gibt es Muggis. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Naja. Okay. Dann haben wir hier hinten noch ein paar Skebis. Den machen wir auch noch in Chaos. Schließlich unserer Erfahrung. Die wir hier gut gebrauchen können. Dass diese Gegner 70 Erfahrungen bringen. Ist nach wie vor. Mega geil. Ja. Und wen haben wir hier? Eine Riesenratte. Was ist das hier? An diese Höhlen kann ich mich tatsächlich nicht mehr so richtig erinnern. Mit den Höhlen bin ich überfragt. Was sei es so ist und auf uns zukommt. Aber ich weiß, dass es durchaus Höhlen gab, die... Naja. Wie soll ich sagen. Bisschen... Kritisch waren. Fleischwanzen. Okay. Fleischwanzen. Das passt. Und eine Truhe. Und einen Jagdbogen bekommen. Sehr schön. Besser als nichts. Würde ich sagen. Die Fleischwanzen könnte ich jetzt auch platt machen. Naja. Komm. Geben mir immer in 10 Erfahrungen. Wenn man so geil auf die Stufen ist, wie wir es sind, dann zählen auch 10 Erfahrungen. Als Progress. Denn... Oh, ja. Wir brauchen noch eine ganze Menge. Ai, 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 ai. Schon jetzt sehr, sehr hohe Anforderungen. Äh... Okay. Hier ist zu. Und hier? Wo geht es hier hin? Ah. Ich bin immer so ein bisschen angespannt, wenn es in die Höhlen reingeht. Ne? Das ist immer... Da sind noch ein paar Gobbys. Das ist okay. Weil natürlich nicht irgendwie, dass uns was im Rücken fällt. Goblin Krieger, normaler Goblin und schwarzer Goblin. Jetzt komm halt her. Da hat den Schlag sogar abgekonnt. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Er ist nicht gleich umgefallen. Und da gibt es wieder eine nette Steintafel. Sehr schön. Jetzt will ich natürlich, insofern das möglich ist, äh, da drüben, in diese verschlossene Höhle rein, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Hier gibt es noch zwei Truhen. Die machen wir auf. Ah. Standort Truhen. Da ist nicht viel zu holen. Ärgerlich. Aber... Gold ist besser als nichts. Von daher. Nehmen wir gerne mit. Ach. Lassen wir ein Stückchen trinken. Prost. Ah. Herrlich. Puh. Wie komm ich hier rein? Hallo. Gibt es hier irgendeinen geheimen Schließmechanismus? Ist hier irgendwas drin? So richtig sieht man nichts, ne? Glaube ich. Alles gut? Reden wir später mal. Oh ja. Okay. So richtig sieht man es nicht, ne? Gibt es ja auch ein, äh... Äh... Oh ja. Das wollte ich doch. Ah, ich glaube da ist nichts drin, oder? Schleichen? Ne. Das sieht aus wie ein eingestürzter... Äh... Wie ein eingestürzter Stollen. Den sie eben abgeriegelt haben. Na gut. Dann geht es eben nicht rein. Aber wir haben wieder eine nette Steintafel bekommen. Steintafel für das Armbrust schützen. Sehr schön. Dann werden wir wenigstens dahin besser... Dass wir besser mit der Armbrust... Umgehen können. Ich finde die Armbrust auch mega geil. Armbrust ist auch eine sehr, sehr nice Waffe. Die man durchaus vielleicht später auch noch ein bisschen nach vorn treiben könnte. Die würde mir schon gut gefallen. So, ein Lurker mitten auf der Straße hier. Also, Straße. Auf dem Weg. Und noch ein toter Novize. An dem er sich... Vergangen hat. Mensch. Das war jetzt der vierte, hm? Glaube ich. Puh. Das ist nicht so schön. Aber wieso schicken die auch Novizen? Bitteschön. Oh, wer bist du denn? Grimbald. Mit dem quatschen wir mal... Und schauen wir mal, was so los ist. Wartest du auf jemanden? Jetzt nicht mehr. Nun bist du ja da. Warum ich? Du siehst kräftig aus. So ein Kerl kann ich jetzt gebrauchen. Klar. Was hast du vor? Ich will die Snapper da oben jagen. Aber ich glaube, es sind zu viele für mich allein. Wie sieht denn der eigentlich aus? Was ist das für ein Schnauzer? Diese Puppelbremse. Ist ja ekelhaft. Äh. Okay. Ich helfe dir. Geh vor. Alles klar. Komm aber dem schwarzen Troll da hinten nicht zu nah. Der reißt dich sonst in Stücke. Klar? Äh. Und wehe, du kneifst. Nee. Mach schnell. Schuss. Und wieder eins von diesen Biestern. So, das war's mit dir. Nice. So, meiner. Und? Was war's das? Hier sind eine Menge merkwürdiger Gestalten vorbeigekommen heute. So auch die beiden Geigen da oben bei dem Felsbogen. Kein Danke, nichts. Vorhin war auch noch ein Novize der Feuermagier bei Ihnen. Oh. Oh, kannst du mir das Jagen beibringen? Wäre ja auch ganz nice. Na gut. Du warst mir zwar bisher keine große Hilfe, aber ich will mal nicht so sein. Ja. Brauchst du das iPad? Und das ist hier? Nee. Äh. Du kannst zugreifen. Hier ist Schluss. Kann ich deinen Ohrknopf haben? Hat sie gefragt. Bring mir das Jagen beibringen. Was genau willst du wissen? Ich habe nämlich netterweise einen Airpod bekommen. Grüße gehen raus an die Person, die ihn mir vermacht hat. Ähm. Ja. Und ich finde das Ding Weltklasse. Absolut geil. Aber es ist halt nur einer. Egal. Alles gut. Okay. Wollen wir irgendwas von ihm lernen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Oh, es wird dunkel. Das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Das ist jetzt wirklich ein bisschen doof. Wenn es jetzt dunkel wird. Oh Mann. Warum jetzt? Hier ist ein schwarzer Troll drin, ne? Oder? Ja. Da ist er. Puh. Ich weiß nicht so richtig. Der hat doch... Wir können mal ranschleichen. Mal sehen, ob ich die aggro kriege. Von dem Typen. Und hier liegt nämlich irgendwo so eine Pflanze von ihm. Also. Die sogenannte Sonnenaloe. Die könnte man gleich mal... Oh. Habe ich den gepullt? Ja. Habe ich. Okay. Das will ich natürlich nicht. Deswegen hauen wir lieber wieder ab. Ich weiß jetzt nicht, wo genau die liegt. Die brauchen wir, glaube ich, später nochmal. Deswegen wäre das eigentlich ganz geil, wenn wir die jetzt schon mitnehmen würden. Feldknöterig. Das ist es nicht. Ich könnte aber auch... Einfach... Einfach... Mal hingehen. Der hat auch irgendwas... Der hat irgendwas hinter sich liegen. Was ich auch gern hätte. Komm, wir probieren den mal. Mal sehen, was passiert. Ich meine, mehr als umbringen kann er uns nicht. Von daher... Jetzt sind wir doch mal ganz entspannt. Hey, 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 hey. Das ist doch eine geile Taktik. Bloß gut weitermachen. Weiter die Taktik. Weiter die Taktik. Los, komm. Den kriegen wir. Ist das geil. Das ist wie ein Dark Souls. Das ist wie ein Dark Souls. Einfach backstabben. Bloß, dass es hier kein richtiger Backstab ist. Komm schon. Wir haben den... Halb. Komm, der ist Half-Life. Los. Oh, 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 oh. Ich glaube, wenn der uns trifft... Das würde uns schon wehtun. Aber so weit lassen wir es nicht kommen. Easy every time. Geil. Schön den schwarzen Troll geklatscht. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Sehr geil. Woo. Und da ist irgendwas... Ein Ring. Eine Folterangst. Und Kronstöcke gibt es auch. Geht nicht. Gehör mal dein Telefon, bitte. Warte mal. Kann sein. Warte mal. Ich weiß warum. Die sind noch mit meinen verbunden. Jo. Und kommt meins aus. Hatten wir dich schon mal mit deinem Telefon verbunden? Ah. Okay. Einen Moment, bitte. Gib mal bitte her. Ich glaube, da muss ein Case dazu sein. Jawohl. Wer bin denn? Und... Was später? Äh, nee. Sollte jetzt funktionieren Okay, wir machen weiter Den haben wir weggeklatscht Das ist schön Und dann gibt es hier Wo ist die Sonnenalue? Da, oder? Hier in der Ecke Ah, nee, ist eine Steintafel Okay, darüber beschwere ich mich nicht Die nehmen wir natürlich mit Hier ist die Sonnenalue Okay Und die nehmen wir auch mit Was bringt die eigentlich? Da kann man gleich mal schauen Hier, nichts Nichts Drei Drachenwurzeln Die bringen jeweils eine Stärke Die Sonnenalue bringt nichts Okay, dann ist das tatsächlich nur Für die Quest gedacht Also sparen wir die uns auf Dann haben wir die für später Sehr schön Okay Jetzt ist es natürlich Überall finster wie ein Bärenarsch Das gefällt mir nicht so richtig Ich würde sehr gern Rasten Denn jetzt im Dunkeln Wird es glaube ich echt Echt hart Das ganze Die ganze Quest hier Ich bin mir nicht so richtig sicher Ob das klappt im Dunkeln Aber wir können es ja mal probieren Vielleicht klappt es Mal sehen Probieren unser Glück Irgendwas glitscht hier auch rum Aber ist egal So, mein guter Der Troll Der schwarze Troll ist tot Alle Achtung Hätte nicht gedacht Dass man die überhaupt töten kann Das werde ich mir merken Sehr schön oder Ist doch geil So Jetzt geht es hier weiter hoch Wir sind von Da unten gekommen Und müssen jetzt nach hier Weiter Hat er uns ja auch gesagt Dass ein Novize Hier in die Richtung gegangen ist Aber natürlich Ich sehe nichts Ich sehe wirklich nichts Hallo Spreche ich die jetzt an oder nicht? Die Was Warum Wer bist du? Was soll denn das werden? Ein Verhör? Ich hab dir nichts zu sagen Aber du kannst ja mal mit meinem Kumpel reden Aber sei vorsichtig Er mag keine Fremden Okay Na dann reden wir doch mal Mit seinem Kumpel Ich suche einen Nurizen Das ist ja interessant Wir suchen nämlich auch jemanden Ach ja? Wen denn? Dich Ich mach dich Komm schon Also jetzt gegen zwei hier Oder was? Man sieht aber auch nichts Hier ja Ich sehe nicht mal den Gegner Ja Okay Das war mit Ansage Ja Ich hab nichts gesehen Wirklich nichts Der Gegner war immer genau hinter meinem Licht versteckt Ähm Tja Wir können ja mal Wenn wir jetzt wieder mit dem Quatschen Mal die Oh jetzt hab ich kein Licht mehr Das ist aber schade Ähm Erstmal mit dem Quatschen hier Das hat er wirklich nicht verdient Was macht ihr hier? Was geht dich das an? War nur ne Frage Schon verstanden Aber was machst du denn hier? Schließlich ist das unsere Straße Und wir haben's nicht gern Wenn man uns hier belästigt Ähm Puh Das geht dich gar nicht an Was soll das? Willst du Ärger? Ähm Wenn es sein muss Hoho Ganz schön große Klappe Wird Zeit Dass ich sie dir stopfe Na dann probieren wir dein Glück Habe ich den erlegt? Boah Der ist aber auch hier Der hat's ganz schön in sich Okay Ich hatte es jetzt nicht gesehen Ob ich den anderen schon Geklatscht habe oder nicht Das war jetzt so ein bisschen mein Problem Aber gut Helliges Licht Machen wir an Puh Das war Auf jeden Fall Ein etwas härterer Fight Aber Ganz gut gelöst denke ich Wo ist der zweite hier? Grobes Schwert Landstreicher Hat auch einen Apfel mit Sehr schön Ich weiß gar nicht Ob das auch mehrmals funktioniert Mit den Äpfeln Keine Ahnung Es ist so dunkel Es ist so dunkel Es ist so dunkel Mole Red Mole Red Okay Mole Reds in Ordnung Mole Reds Mit denen kann ich Komme ich klar Na komm Okay Okay Es ist so dunkel Es gibt es doch nicht oder Vor allem Ist das eine geile Stelle Dass jetzt die Musik aussetzt Ich meine man ist ja so noch nicht angespannt genug Noch ein Mole Red Okay Tolle Karte Ehrlich Gibt es vielleicht irgendwo eine Höhle Wo ich pennen kann Wie die da drinnen Das wäre ziemlich geil Wenn das gehen würde Komm ey Lass da ein Bett drin sein Oh Skelette Okay Naja Wenn es weiter nicht ist Unglaublich Okay Dafür Reicht es leider Leider noch nicht Ähm Tja Dann müssen wir Normal weiter gehen Jetzt habe ich natürlich Wieder kein Licht Das heißt Ich muss es mir wieder zaubern Jetzt ist die Mucke Wenigstens wieder da Okay Die Mole Reds Lassen wir jetzt beiseite Fuck Ist das dunkel ey Der läuft Ich kann ja noch dazu schleichen Es ist zumindest immersiv Ja Wenn man hier so Durch den Wald schleicht Jetzt wird es aber gerade ein bisschen Heller Scavenger Scavenger Nice Scavenger Dann können wir es aufnehmen Oh Goblin Skelett Suchen da Das ist jetzt Eher Nicht so nice Gott ey Man sieht nichts Und noch ein suchen Suchen da Suchen da Na komm Ich würde die gerne raus pullen Boah was geht denn hier hinten ab Okay Auch nicht schlecht Wir nehmen mal den dritten Speicherstand Goblin Skelett Suchen da Der steht da oben Es ist so mies Wenn das dunkel ist In Gothic 3 Gibt es einen Vorteil Dass man Wenigstens eine Fackel In der einen Hand tragen kann Wenn man Oh Ich weiß was ich mach Ich bin mir nicht sicher Ob ich die pack Äh genau Eine Fackel In der einen Hand tragen kann Währenddessen man In der anderen Eine Waffe trägt Oh suchen da Vielleicht muss ich die Das ist so geil gemacht Ich trau mich nicht Okay Wir speichern Und wir gehen einfach mal rein Mal sehen was wir machen können Okay 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 den haben wir Sehr schön Das war der erste Suchende Ich bin mir grad nicht sicher Wir killen die jetzt nacheinander Wir machen die jetzt weg Das nützt alles nichts Hat seine Gründe Dass wir die jetzt nacheinander weg machen Okay Nice Auf die Äste verzichte ich jetzt Hier kann ich hochklettern Auch gut Oha Warte mal Ich sehe Absolut nichts Die fangen jetzt alle an Mit mir zu quatschen Das ist nicht so gut Okay 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 So sehen sie auf jeden Fall Keinen Strich Keinen Strich Keinen Stich Wollte ich sagen Okay Das war der nächste Warte mal Die haben doch auch Ganz guten Loot Oder Glaube ich Wo war der Typ Wo war der Typ Ach komm schon Ich will eine Wiederfinden Heilpflanze Das ist er nicht Ich dachte immer Hier haben wir eine Ah ja Ne Gut Hatte ich mir irgendwie Mehr versprochen Jetzt muss ich mal ein bisschen näher ran Hier Ein bisschen aufrecht setzen Ihr kennt das sicherlich In angespannten Situationen Beim Computerspielen Rücken gerade Brücken gerade Brust raus Bauch rein Oder so Und dann geht es los Hier hinten ist noch einer Ist okay Bloß richtig anvisieren Dass ich auch zu ihm finde Wenn der mich jetzt auch noch anquatscht Kriege ich bestimmt bald dieses beklemmende Gefühl Aber ich muss den jetzt so anquatschen Ich bin auch nicht dabei mich zu verstecken Ja okay Da haben wir das mit dem beklemmenden Gefühl Habt ihr das auch mal gesehen Okay Und jetzt ist die Sache Die hier oben Sind drei Suchende auf einen Haufen Und ich weiß nicht ob ich die hinkriege Also rundherum Da ist noch einer Den können wir auch noch klatschen Jetzt ist er sowieso rum Können wir auch noch mal richtig rein Jetzt wirst du unsere Macht spüren Okay Na dann Schön in aller Ruhe von links auf rechts Sehr schön Damit sind sie kein Problem Wirklich gar kein Problem Die Suchenden Das einzige was sie nicht machen dürfen Ist Wie der eine das schon mal gemacht hat Den Feuerregen zu zaubern Da habe ich dann Ein richtiges Problem Wenn sie das machen Ich muss jetzt mal gucken Ob ich irgendwie Also sorry Aber ich sehe absolut nichts Bis zum Glück bis zum Glück Bis zum potem , Shield bis zum Bis zum bis zum